so leute jetzt wollen wir mal schauen jetzt versuche ich mal milch aufzuwärmen in der kaffeemaschine beziehungsweise in der kaffeekanne halt wie ihr hier seht möchte das machen da heißt es in die schokosplits in der milch mit auf halt mit schmelzen schmelzen lassen das jetzt habe ich hier die schokostücke rein jetzt werden die geschmolzen das ding kriegt ausschauen so jetzt funktioniert würde ich mal sagen wenn das kann man dann bei bedarf auch noch drauf tun marshmallows die packung habe ich eben tätig bekommen vor paar wochen oder vor drei wochen oder so für 20 cent kostet halt euch mal fest wie viel der originalpreis eigentlich ist jetzt kostet eigentlich drei fucking euro so kleine packung das sind gerade mal 45 gramm drinnen inhalt 20 sein ist schon in ordnung aber drei euro schon habe ich habe mir gedacht an der kasse wo ich den originalpreis gesehen habe schauen ob das hier geht mit der heizplatte dann melde ich mich nur wenn ich weiter wenn ich so leute hier tut sich schon was kommt die kakao hoch kakao kommt schon mal hoch löst sich langsam aus auf die schokosplits das dauert halt eine halbe eine halbe eine halbe erdentstehung erdexistierung zu 500 milliarden jahre gefühlt 500 milliarden jahre gefühlt so hier sieht man es wieder genauer ist schon langsam aufgeschmolzen Milch wird auch warm wird schon nicht explodieren wie die eine aus der Rewe gesagt hat wenn die Milch in der Kaffeemaschine aufwärmen die wird schon noch explodieren ich habe doch gewusst dass es funktioniert wenn es ja wenn die Kaffeemaschine kaffee warm halten kann oder heiß halten kann da kann sie ja auch Milch heiß machen oder aufwärmen durch die Heizplatte da unten müsste noch ein wenig dauern aber ich verabschiede mich schon mal von euch das funktioniert ja und es wird ja auch warm ungelogen warm und dann später tue ich dann die Marshmallows eventuell noch drauf kann ihr da auch drauf drauf tun wenn ihr wollt wie gesagt das gibt es beim Teddy Schollensuppe Schollensuppe für 3 Euro der Preis ist bloß runtergesetzt weil es bald abgelaufen wäre oh da ist ja noch ein Schokosplit drin im Juli wann wäre es abgelaufen ja heuer jetzt seit dem Juni und wie gesagt 3 Euro kostet das und ja wenn ihr das Geld ausgeben wollt bitte beim Teddy gibt es das wie gesagt für 3 Euro ja ich weiß ich wiederhole mich aber ja die Marshmallows kannst du auch bei können könnt ihr auch bei Bedarf dann drauf tun oder auch nicht oder so und es wird tatsächlich was sehen so dann hier Schokolade 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 Spongebob Schokolade Also Tschau ihr Lieben Peace Sche lands Schokolade Schokolade Schokolade